begrüße euch noch mal die tür ist weit auf deswegen spreche ich ein bisschen leise wir haben eine fortgeschrittene zeit jetzt gleich in einer stunde 16 uhr 24 bricht der herbst aus heißt pullover strickmütze etc schon mal bereit legen bald kommt ja der herbst im moment haben wir immer noch 24 grad deswegen ist auch die tür weit auf ich hatte gestern am 21 heute ist der 22 9 2016 ein bericht weil fand ihn doch berichtenswert der bericht über gefahr von rechts ich habe rausgesucht gefahr von rechts in einer apothekenzeitung in einer apothekenzeitung baby und familie steht sowas drin gefahr von rechts da wurde allen müttern in der apotheke doch mal klargemacht mit dem begriff rechtsradikal wurden nämlich jetzt so männer wie ich glatze bomberjacke habe ich noch nicht könnte ich aber raussuchen naja mit baseballschläger in zusammenhang also baseballschläger glatze bomber dinges das aber jetzt geht es los hier steht es geht auch gleich hier los da steht es dann ja da steht es hält gerade die post an ich kann mich nicht daran erinnern dass ich was bestellt habe aber welche merken wenn er reinkommt egal also die gefahr von rechts sieht brutal anders aus wie erkennt man eine rechte familie erst mal sind die nett und engagiert sie sind nett und engagierten jetzt weil er ja so nett war ihr habt ja applaudiert ihr seid also die gutmenschen also sind alle gutmenschen die nazis dumm gelaufen dumm gelaufen ich hab applaudiert und ich hab dann gejubelt für diese ganze millionen schal die da gekommen ist um asyl zu bitten die post hat gewendet ist weggefahren ok also die merkmale der rechten kinder gehorsam und still mit satzen und röcke haben die wirklich geschrieben das ist kein scherz ist wirklich original in der apothekenzeitung niedergeschrieben worden und zwar sind das die forscherin prausner kinder sollen eltern würden oft keine amerikanischen schriftzüge auf ihrer kleidung tragen also die jugendlichen tragen also nur rein deutsche wäsche mit rein deutscher schrift da drauf gedruckt laut forscherin prausner forscherin ja sie forschen und durchaus aber gäbe es auch noch symbole auf den kleidungsstimmungen rechter kinder ja rechte kinder haben symbole auf ihren sachen auf ihrem kleidchen tragen sie dann jemanden der sich damit nicht auskennt werden diese aber nicht unbedingt bemerken akkurat geflochtene zöpfe und lange röcke ist ein warnsignal warnsignal für die eltern also ich hab das der generation 55 plus und der generation 65 plus mal gezeigt sie sind ausgerastet was geht denn hier ab ja genau an sich könnte man das jetzt so sehen als satire wäre das nicht schlecht dem zdf heute schon herrn welke haben wir das auch mal zukommen lassen ob er das mal aufgreift wissen wir nicht deswegen greifen wir es als sondersender nrw tv auf hier in unserer redaktion freie presse aber ja movie freie menge also es ist sogar noch obendrein eine cdu eine cdu abgeordnete fordert finanzstopp für amadeo antonio stiftung plattform für links radikale und ex stasi mitarbeiter mit hassrede kampagnen in sozialen medien beauftragt piratenpartei sprich von gedankenverbot piraten von gedankenverbot ja die zerstückeln ja menschen fressen die irgendwie auf schmeißen die weg und schmeißen sich dann selbst weg ne piraten das ist außer ein völkchen ne jaja also die rechten kinder werden meist von klein auch daran gewöhnt ihren alltag geheim zu halten jaja kleine kinder kleine rechte kinder sind die halten das geheim die sagen nix die erzählen nix über die familie das sind alles rechte hohohoho haaah also es gäbe auch durchaus symbole darum hinweise an die rechte grüße was brauchen wir ähm wie viel kostet äh 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 20 cent 30 cent ne 20 plus das ding ist also 40 cent insgesamt ok gut danke ja tschüss 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 dem war das wohl zu teuer ja aber von ihm was müssen wir erleben ne jetzt wollten wir auch bezahlen ne ist ja klar ne war plötzlich hier drin war ihm das zu teuer ja ist eben so ist ja klar ne ähm also ist schon ein hammer ähm wer ist denn das überhaupt hier sonja osmeck sonja osmeck sonja osmeck ähm wie gesagt baby und familie baby und familie bekannt wenn er in der apotheke geht also er geht in die apotheke da bekommt er solche hüfte ähm naja ist schon ein hammer es ist ein hammer also muss man nicht nochmal aber heute war eine ältere dame ne also 65 plus war da 65 plus die hat auch die nase voll schreibt auch also 65 plus 55 plus machen sich gedanken und schreiben wunderschöne sachen ne jetzt schlägst 13 EU noch mehr fremdenbestimmung ne fremdenbestimmung ne also wir beschließen etwas stellen das dann in den raum und warten einige zeit ab was passiert wenn es dann kein großes geschrei gibt und keine aufstände weil die meisten gar nicht begreifen was die da beschlossen haben oder was beschlossen wurde dann machen wir weiter schritt für schritt bis es kein zurück mehr gibt ne die beschließen einfach die machen einfach ja unsere politiker sind ja auch generation 45 plus ne ja tyrannos europtopus frisst freie völker cool ne so geht europa nicht jetzt schlägt es noch mehr fremdenbestimmung man reibt sich unglaublich die Auge man meint nach der protestabstimmung der Briten wollen wir die Kontrolle über unser Land zurück ja das waren die Briten aber Briten die Briten und in Schottland gab es ja schon mal die Pikten ne könnt ihr erinnern die Pikten haben die Römer auffällig gemacht ja die werden also auch dumm verkauft ach generation 65 plus macht Flugblätter ja äh Brot und Spiele für das Volk nebenbei Freiheit ne Brot und Spiele für das Volk Humor ist wenn man trotzdem lacht ja ja generation 55 generation 65 plus freuen sich wenn die ne und so jetzt schlägt es 13 ja Brot und Spiele Hammer hallo ne wisst ihr auch der Freund hier auch der Freund hier war keiner auch wenn er das machen musste er musste ja dienen ne also wir haben diese Figur wenn wir damit wunderbar arbeiten können deswegen haben wir die voll beweglich ja bei der Dreharbeit müssen wir mal stumm drehen wenn wir da so Trickaufnahmen machen ja ja ne ach ich weiß nicht doch das war alles geklappt oder was das war alles geklappt ja ja alles war alles aber hört sich gut an hihi na der Arme kehrt also das war auch kein Nazi da war ein Soldat hm der arme Kerl der musste da warten musste mit so einem Ding da rum schießen ne konnte da aber so klack ne ping boom ja also mit solchen Figuren kann man auch arbeiten Wahnsinn was man damit alles so machen kann koste Schweinegel ne ne oh retter da rum ich bin da ein Soldat ne es war ein Soldat ein armer Soldat der seine Rübe hinhalten musste weil irgendwo ein Pappkop da Politik spielen wollte ja das Leben ist hart ein Soldat ist härter ja so wie gesagt eine Feldflasche aber zu trinken Gasmaske ne und Koppel ja der Arme ja Latsch nicht mehr ja den Gibbel auch nicht mehr Gott sei Dank also bei dem wenn ich schon bei der Figur war die ich gerade gezeigt den Soldaten ach den Soldaten mit dem Spaten ne oder wir ziehen den mit dem Spaten ins Moor so gab es auch Lieder ähm wir haben heute wie gesagt den 22.09.16.2024 ist der Herbstabfang ähm wir haben darauf aufmerksam gemacht dass am 20. September 20. September sowas hier verbreitet wurde dass jeder Mensch die Gefahr von rechts erkennen möge auf blaue Frauen mit blauen Augen und Kinder mit Zöpfe die friedfertig durch die Gegend ziehen aufpassen das sind alles rechte ne ich mach auch gleich rechts hier nämlich fliegt ein Brummer den hau ich gleich dort vor und guck ja ok worauf halte ich hinaus ähm wegen der Figur richtig es gibt ihn immer noch den Basti ja den gibt es immer noch den haben die gar nicht gelöscht es gibt immer noch den Basti zu kaufen Bastian Schweinsteiger ne als was soll das ja gibt es wirklich kann ich euch eben zeigen hier ich drücke hier mal drauf das ist die Firma Ditko in Amerika Ditko die Firma Ditko verkauft diese Figuren die ich gerade hier hochgehalten und äh da strahlt mich doch immer noch der Bastian Schweinsteiger an Bastian Schweinsteiger natürlich gut die haben auch andere hier Sequel Special Agent ist ein echter guter Schauspieler den ihr auch alle kennt der da gezeigt wird ob repeat wird gezeigt ähm gestern habe ich euch ja den Putin gezeigt ne ich kann mal eben nochmal runter ziehen hier guck mal her müsste man sich klappen mal ihn lockern ja ja wir arbeiten ja nicht stativ uah guck mal her so ne du bist jetzt der Schauspieler den kennt er sicherlich mal so Kunde ist gerade wieder raus ähm jetzt zeige ich euch mal eben den Schweini da ist er da ist Schweini hier das ist Schweini und ein gewisser Hand mit Schielauge ne gewisser Hand mit Schielauge und hier rechts ist unser Schweini ne Schweinsteiger als deutscher Soldat und die junge Frau hier ist die Sophie die sieht auch jemanden ähnlich wenn man genau hinschaut das hier ist natürlich auch ein Schauspieler hier links außen der Kul Kul wer ist er Kaulikow Kaulikow der Herr Thomas sieht dann so aus hier der Johannes Major Achbach ne Michael Wittmann Sergeant Major Wolfram ne ja da sehen die so aus ne und die US sieht dann so aus da ist auch Brad Pitt ne da ist der Brad Pitt hier zu sehen Brad Pitt äh Russchen mal gucken Russen haben sie keinen mehr im Moment moderne Militärie lass ich euch jetzt zeige gibt es wirklich in Amerika und das ist kein Scherz Basti Schweinsteiger gibt es immer noch als deutschen Soldaten er wird uns als Hans verkauft für alle Militär-Hobby-Fans ihr wisst genau Militär-Hobby-Fans so sieht er aus ich zeige ihn euch jetzt mal den Basti Schweinsteiger als Hans als Actionfigur als Fußball hätte er mir ja schon gefallen aber jetzt als Actionfigur als Hans Zweiter Weltkrieg hmmmm schaut selber ich zeige ihn euch also ihn gibt es das ist Schweinsteiger von vorne von hinten als Soldat ja den gibt es in Amerika zu kaufen für die Amerikaner ist das ein normales Gesicht eines Deutschen in denen ihre Augen ist das normal so sah er aus der Deutsche und Schweinsteiger muss jetzt dafür herhalten ja kann man kaufen diese guten Herren hier kosten noch circa 159 Euro samt Inhalt das ist das Zubehör vom Hans 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 als Schweinsteiger mit Pullover hat red gekleidet so wird er uns in Amerika präsentiert das ist der Hans ja ja so sieht er aus wer das nicht sieht dass das Schweinsteiger ist der hat Schweinsteiger irgendwie nicht kennengelernt Amerika die Firma Ditko die Firma Ditko so sieht's aus so sieht's aus dort so sehen alle aus die Herrschaften gut das ist natürlich ein amerikanischer Schauspieler der wird wohl nichts dagegen haben wie übersehen sehen wir ihn gar nicht komischerweise da hat der Schauspieler auch was dagegen doch nicht da kommt er diesen Schauspieler kennen wir aus verschiedenen Filmen der hat genügend Filme gedreht die Figuren sind super geht keinem Weg drum sind filigran verarbeitet und dieser Schauspieler wie gesagt hat nichts dagegen diese Rolle jetzt hier als Figur zu bekleiden aber das mit Schweinsteiger ging ja noch ein bisschen weiter ok das ist die Firma Ditko aus Amerika was haben wir denn noch hier Fringe ja die lassen uns auch noch gefallen hier Fringe wer die Serie kennt die Figuren sehen ihr ziemlich ähnlich naja nicht so ähnlich da würde ich sagen nehmen wir den Schauspieler hier der ist wirklich auch wunderbar zu erkennen aus der Serie Fringe also das geht wunderbar verarbeitet sehen gut aus 1 zu 6 groß also 30 cm wenn man sich das ganze anseht Ditko die Figuren Schweinsteiger dann die Hefte dann so ein Apothekenblatt wo gegen rechts ja also ich weiß nicht was so in so manchen Köpfen also was so in so manchen Köpfen abgeht keine Ahnung nach so vielen Jahren nach so vielen Jahren die Gruppe 55 plus 65 plus fragt sich hallo wo kommt das plötzlich her 2002 ungefragt EU ungebremst rein da neues Gehalt neues Geld neue Ausrichtungen dummes Zeug tagtäglich tagtäglich sehen wir Anne Will und Co Maisbach und Co Lenz und Co also Talkshows wir sehen tagtäglich Talkshows und die Typen kriegen 500 Euro ich krieg jetzt nix ich mach das aus Spaß aus Freizeit gut ich krieg mein Geld in dem die Kunden reinkommen ist klar deswegen unterbreche ich ich hab mir heute mal die Zeit genommen wie gesagt gestern flogen die Herzen gestern war Weltherztag Weltherztag hat es auch noch nie gegeben Weltfrieden absoluter Weltfrieden hat es auch noch nie gegeben Weltkrieg haben wir ja da fliegen quatschen wir ja geht es ja auf den Zug die Frage lautet nur woher kommt das plötzlich woher kommt das plötzlich mit diesem Wahnsinn Aufruf rechts links radikal brutal woran liegt das also irgendwas stimmt nicht durch die sogenannte Überflutung wenn einige behaupten ja ein zwei das sind prozentual ja aber unter uns ja Hoheka in seiner Talksendung NL wisst ihr noch die Talksendung am Freitag ist Hoheka aufgestanden wie viele Leute sind wir 120 ja wenn jetzt zwei dazu kommen fällt doch gar nicht auf so sieht es aus mit der Asylpolitik aber mein lieber Herr Hoheka ja den jeden Abend im ARD zu sehen in dieser sogenannten Raterunde lieber Herr Hoheka ich muss einfach nur mal sagen wenn auch in einem Raum 120 Personen sitzen die sich unterhalten wollen schildern wir mal vorher Hoheka es gehen zwei oder vier Personen da rein ja zwei oder vier Personen da rein und machen einen Hack ja drehen am Rad springen an der Kamera rum oder machen die Moderatorin strubbelig ja was ist denn dann was ist denn dann so muss man das ganze mal sehen es ist richtig eine Million sind reingekommen 41% hat im Bundesland aufgenommen 2% dort 4% dort 1,5% dort hier sind 4 pro Einheit hier sind 560.000 Leute Mahlzeit Hallo Hallo